Ich wette, du bist ein Gespenst. Ich bin ein Marshmallow. Und zwar ein ganz Süßer. Ich würde dir so gerne eine Gabel in den Bauch haben und dich am offenen Feuer rösten, bis du knusprig bist. Halloween draußen ist dir zu krass? Kein Grund zu schreien. Auf Comedy Central kannst du den schaurigsten Tag des Jahres mit den blutrünstigsten Folgen deiner Lieblingsserien verbringen. Hexerei. Also pfeife auf Süßes und gib dir lieber Saures. Ich bin der Süßigkeiten-Zar. Nein, du bist der Arschmeister, das ist was anderes. Das Halloween-Special. Am 31. Oktober auf Comedy Central.